Du musst doch hier am Tisch stehen, doch nicht. You wanna start? Meinst du es frech, Laura nach dem Kaffee zu fragen? Ja, fuck ich. Bist du nicht, ihr frechst noch frech? Boah, ja, wirst du nicht, brauchst noch drei. Krass, ey. Laura? Also, wie er auf dem Tisch steht, Wahnsinn, ne? Oder? Ja, aber das ist ja eigentlich ankelenkend. Das ist lustig, wie du dachtest, aber jetzt auch so. Deshalb brauchst du mehr Gebiet zu tun. Ja, aber das... Oh, da mach's, Philipp. Oh, da probier mit. Die Ausdauer ist schon raus, ne? Philipp, du weißt, welche Technik du bei uns immer gemacht hast. Das Tiefen, das Eklige, probiert. Just try it. Wenigst macht er halt gar nicht, Philipp. Er macht es noch rechts, ne? Wenn er nicht geht, dann muss er seine Biceps separatieren. Und dann geht es nach der Seite. Wenn er nicht geht, dann muss er seine Biceps separatieren. Oh, da probierst du hier ein bisschen, und dann geht es nach der Seite. Das ist Physik. Oh, ich bin glücklich, dass das mein erstes Mal gegen Sie ist. Mein Arm ist so voll. Bring ihn die Schulter. Hier, Willen? Geht euch. Schau mal, Ari. Das ist der starke Mann. Strong man. Strong man. Ja. Ha, Ha, Ha! Ja, nicht Kupfer, okay. Schau mal, Ari, die Lina. Willst du aufgucken? Willst du da zusetzen? Muss ich bei Papa bleiben? Okay. Was ist das für deine Enduranz? Ich habe Enduranz, aber keine Pinn. Grip. Schulter straight. Center ist gut. Okay. Knuckles, Philipp. Knuckles. Und Wrist. Ja, ja, ja. Ich komme da wieder. Hey, schau. Du musst dir den Finger zeigen. Center, Wrist, Philipp. Ja, ja. Go! Strap, ist es? Nein, wenn du nicht willst, oder nicht? Nicht noch. Von Philipp Beis. Sehr gut. Winner. Right? Ja. Ich will das auch machen. Schrauben. Ich bin der. Oh, der Mann. Ja. Wie kann das? Ja, ja. Ja. Wie kann das? Das ist ja gut. Wie kann das nachdenken? Wir müssen den Finger erarbeiten und kontrollieren. Wir müssen das nachdenken. Wir müssen den Finger abdrehen. Es tut mir leid. Schulter, Schulter, Schulter. Die Faust. Ready, go! Alter, das ist krass! Ah! Next. Karten. Mach nicht so viel mit Schultern. Ohne Scheiße! Das ist der Hammer! Ready, go! Oh shit! Just go! No! Just go! Ready, go! Rot! Tata, tata, tata! Okay, I said just go now. Go! 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 Ha 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 ha! Hey! Das ist alles gut! Das ist alles gut! Das ist ja gut! Das ist alles gut! Das ist ja gut! Und jetzt geht's! Was ist das? Das ist doch gerade, was willst du denn? Nein! Go! Und da kommen die Emotionen, ich fühle das. Komm in, komm in, komm in! Komm in! Komm in, komm in, ich würde nicht Fotos in den Kompettieren. Ich würde nicht Fotos in den Kompettieren. Ich stehe jetzt noch dahinter, aber wir machen vom Rasslings. Oh, Janis, was machst du mir? Warte mal, warte mal. Lass mich meine Hand schaue. Okay. Okay, wir gehen. Jetzt mal jetzt. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ja. Ja, das ist so frustrierend. Ist ja gut. Vielleicht hast du uns angetan, hast du auch... Ey, was soll ich mal sagen? Okay. Jetzt sind schon stärker drin gescheitert. Genau. Weißt du, was ich meine? Also... Peter Werdin ist interessant geworden. Wollte schon gerade sagen, wie der gut spielt. Aber er hatte recht. Ist das eigentlich okay? Now it's your wrist. Ja, volle Ganne. Wrist. Das Schlimme ist, guck mal, er hat jetzt gegen drei Leute schon... Go! Sorry, I said ready. One more. Center is good. Go! Go! Okay. Wrist a bit. Wrist a bit. Go! That was... Okay. Slow. Elbow was jumping as well. Who cares? Was not close. Enough to call it. Fast switch. Boah. Warum haben wir auch alle schwarze T-Shirts damit? Ich dachte gegen Jan. Was du immer... Immer. Hier drunter, voll die Schweißnaß. Bitte. Vielleicht auch mal eine runter. Nein. Also jetzt nicht fighten oder sowas. Einmal nur... Das Problem ist, jetzt zieht der komplett den Stecker mit der Technik. Ich weiß. Was soll ich denn sagen? Hast du erst mal los? Ja, natürlich. Hey, hey, hey. Also ich meine nur, ich weiß... Ich hab mal mit dem Backp... Nein. Du willst auch... Du willst auch pronation, oder? Du willst auch pronation, oder? Wenn ich komme... Wir nennen das ein Mann-Fight. Be a man. Don't pronate. Be a man. But it's still backpressure. Ja, it's still backpressure, it's true. Ja. Ja. Ich weiß, dass er fast Twitch-man ist. Ja. So, ich habe nur zu warten. Hallo. 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 Komm, Lina. Komm. 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 RMikey einen. Tack'r reineワke. Komm. Nein, HEINZE 죄in. Eine. Danke. Arie, willst du auch schon eine Wurst essen? Lebt ein Toproller eins, um Scheiß zu machen. Dann geht das mal dem Buffer, der ist der stärkste. Normalerweise. Komm hier, ich mach mal eine Wurst auf dir, oder komm? Halt durch. Janis, ich denke, er ist ein Fast-Witch-Guy. Was? Du musst nur warten, wie lange du warten? 10 Minuten? 10 Minuten? Long genug. Wow.